Wir müssen schnell schwimmen, um warm zu bleiben. Wir warten nicht mehr auf ein Wunder, wenn ihr die Sache selbst in die Hand habt. Die Ostsee ist nicht blau, so wie auf den Postkarten. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Hintereinander im Gleichschritt! Was willst denn du im Intershop kaufen, wenn du zehn Westmark hättest? Ein Glas Nutella. Andreas wird ab heute im Jugendwerkhof Bad Kleinen zu einem besseren Staatsbürger zurück. Ich werde abholen, über die Ostsee. Im nächsten Moment klatscht Andreas eine Wände ins Gesicht und bringt ihn zum Schweigen. Abi kann ich vergessen. Ich kann nicht Biologie studieren, meinen Vater ab dem Dach schauen. Meine Mutter ist nie da, meine Opa ist ihrer. Und du willst mich auch noch allein lassen? Wir sind für vertragliche Regeln der Beziehungen zwischen West-Berlin und der Regierung der deutschen Demokratie. Wir sind diese Flögel der Beziehungen an. ARD Text im Auftrag von Funk